Bei mir hängt es ein bisschen, glaube ich. Was ist denn hier wieder los mit der Internetverbindung? Der hat in seiner Quarantäne jetzt so viel gezockt, der hat kein Datenvolumen mehr frei. Marcel Nöbels von den Eisbären Berlin und Yannick Seidenberg vom EHC Red Bull München. Das Spiel heißt, wer weiß mehr? Nennt mir alle DEL-Spieler des Jahres. Marcel Nöbels. Jawohl. Kiefer Coyne. Danny Ausdenberg. Pat Lebeau. War zweimal, korrekt. Steve Walker. Ne? Leider falsch. Ei, ei, ei. Das war nix. Ich möchte von euch alle bisherigen DEL-Meister wissen. Eisbären. München. Mannheim. Krefeld. Köln. Frankfurt. Hannover. Skorpions. Ja. Drei Teams fehlen. Gibt es denn da noch? Fünf. Vier. Drei. Zwei. Ein. Düsseldorf. Nein, die waren davor. Richtig. 96. Marcel. Zwei haben wir noch. Ingolstadt. Stark. Die letzte Mannschaft. Janek, all in. Gib mir mal einen Tipp. Ich habe gar keinen Tipp von dir bekommen. Vier. Süddeutschland. Heißt das, Nöbi? Süddeutschland. Vier. Ne, ich weiß es nicht. Drei. Bayern. Zwei. Eins. Rosenheim. Nee. Es wären die München Barons gewesen. Marcel Nöbels hat dieses Spiel gewonnen. Alle Spiele der Penny DEL live. Nur bei Magenta Sport. Im Saal. Tourist und du dein Haus. Ausgabe. Untertitel. Schade.